Deine Wahl. Haben wir das nicht schon einmal vor vier Monaten zur Bundestagswahl gehört? Ja, richtig. Aber bei dieser Wahl müssen wir nicht 124 Tage auf eine Entscheidung oder gar Koalitionsbildung warten. Hier kommt der Schokopudding mit den meisten Stimmen sofort an die Macht. Oder in dem Fall wohl besser gesagt ins Regal. Die Frage ist nur, mit wie viel Zuckergehalt? Die Supermarktkette Rewe reduziert Zucker in ihren Eigenmarken und lässt jetzt die Kunden entscheiden, welche Variante im Regal stehen soll. Zur Auswahl die Originalrezeptur, minus 20 Prozent Zucker im Pudding, minus 30 Prozent und minus 40 Prozent. Welches ist Ihr Favorit? Also ich würde sagen der erste. Das hätte ich sehr mit minus 40. Ja, interessanterweise ja. Hätte ich nicht gedacht. Den sehr lecker, den mit am wenigsten Zucker, weil der einfach auch am schokoladigsten geschmeckt hat. Also man hat das andere rausgeschmeckt, nicht nur den Zucker. Die für minus 40 Prozent ist wunderbar. Hier mit diesem ganz vielen Zucker, der ist bitter. Komischerweise schmeckt der bitter. Und hier hintenzu wird es dann ein bisschen besser. Der ganz letzte, dann merkt man, da ist so gut wie nichts mehr vorhanden. Aber wie gesagt, das wird Schmack, Geschmackssache sein. Ich bin davon begeistert. Und nicht nur sie. Wie unsere erste Wahlprognose ergibt, ist die Variante mit dem geringsten Zuckergehalt bei den Fellbachern am beliebtesten. Das Unternehmen verspricht, dass seine Puddings nicht mit Süßungsmitteln aufgefüllt sind. Es gibt allerdings auch Produkte, die dann unter diesen Leitbegriff fallen, wo dann Zucker oftmals auch ausgetauscht wird. Und da haben wir dann zum Beispiel einen höheren Fettanteil. Da muss man halt eben als Verbraucher auch darauf achten, dass es wirklich auch reduziert ist und nicht ausgetauscht oder aufgefüllt durch andere Kalorienbomben. An solchen Aussagen wird sich das Unternehmen messen lassen müssen. Denn nach und nach sollen auch weitere Eigenmarktprodukte Zucker reduziert werden. Nach eigenen Aussagen will die Supermarktkette mit der Kampagne Volkskrankheiten wie Übergewicht, Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen.